hallo ihr lieben und willkommen zur neuen mayawelle die neue mayawelle sie startet am sonntag sie startet mit dem vollmond und bringt ganz besondere energie ja was bringt sie alles mit sich es ist der weiße magier und in der maya sprache geht es darum den jaguar aber auch das herz diese welle da haben wir sehr viel kreativität es ist kreativität die da ist kreativität die los getreten wird weibliche kraft und wir gehen in heilungs und transformations energie und das eben ab dem 21 siebten ab dem vollmond dann bis hin zum zweiten achten und in dieser welle haben wir auch zwei portal tage diese welle ihr merkt es schon heilungs transformations energie wichtige dinge werden geschehen wichtige dinge werden angetriggert wir haben über das vollmond reading schon einiges gehört dass auch die zeit wichtig ist bis zum neumond und das das ist genau diese welle und diese welle verbindet uns aber auch tief mit mutter erde deswegen nutzt diese zeit verbindet euch mit mutter erde beschäftigt euch mit mutter erde und eben mit dem ganzen naturreich schaut die fülle anschaut alle pflanzen alle tiere all das was hier vorhanden ist auch die mineralien alles ist wichtig und das was euch begegnet egal welches tier welche pflanze welcher stein hat eine besondere bedeutung deswegen nutzt dann auch das große worldwide web um zu gucken was bedeutet das vielleicht habt ihr auch fachbücher also lest dann einfach noch mal nach warum genau das zu euch kommt warum kommt es zu euch hat auch so seine gründe denn es geht um gleichgewicht gleichgewicht auf allen ebenen und diese heilung die darf zwischen licht und dunkel geschehen eben genau in der mitte der energie du darfst dich deswegen auch immer wieder fragen wo ist das gleichgewicht aus den fugen geraten bei dir bei mutter erde was ist da gerade wo stimmt etwas nicht mehr und all das was gefühlt nicht stimmt das wird eben jetzt angeschaut das soll man anschauen ich könnte sagen man muss es anschauen ja aber es ist besser du solltest es anschauen weil wenn es zu müssen wird dann wird es anstrengend also gucke ganz genau hin jedoch fordert dein körper auch mehr und mehr ruhe ein also es ist eine zeit wo man merkt der körper zeigt die grenzen auf gehe nicht über diese grenzen also eine kleine erkältung kann sonst ganz schnell zu etwas größeren werden einen zug geholt und nicht aus kuriert all solche dinge da merkt ihr dann ganz ganz schnell dass der körper eben dann heftiger reagiert deswegen alles was irgendwie klein anfängt sofort auch klein halten und gar nicht erst zu etwas größeren werden lassen in dieser zeit werden wir auch immer wieder mit dem thema fülle konfrontiert fülle ist ein thema das besonders ist denn die fülle ja unser menschlicher verstand der kann das nicht immer ganz verstehen was fülle eigentlich alles bedeutet beziehungsweise wenn wir fülle sehen das sofort auch als fülle erkennen deswegen sei ein bisschen bewusster wenn die fülle in dein leben drin denn die fülle möchte sich dir komplett offenbaren wunder dürfen wir auch erwarten und die wunder werden dann geschehen wenn wir uns mit der herzenergie und der herz magie verbinden deswegen lasst ganz viel liebe fließen auch wenn menschen vielleicht nicht ganz so nett sind lasst trotzdem liebe hin fließen schick immer viel licht viel liebe gerade an diese menschen denn die brauchen es dann noch mehr als du vielleicht denkst ängste auch das wird ein thema in dieser welle ängste begleiten uns wir haben dämonen in uns und diese dämonen diese teufelchen die so auf der schulter sitzen die können dann noch mal ganz schön aktiv werden und die werden auch ganz schön fies warum werden die fies es ist eine heil und transformations energie eben bewusst also wenn du dann auf einmal merkst da triggert es dich immer und immer wieder dann schau dir dieses thema an also alles was dir da begegnet und du merkst da da kommt was ganz simples und du bist auf 180 dann ist das genau das thema das angeschaut werden möchte du wirst merken in dieser welle wirst du verstehen es ist es ist eine weisheit die sich erschafft was alles im zusammenhang mit macht und kontrolle um dich herum besteht warum das mit deinen schatten zu tun hat und wie du das immer mehr in die veränderung bekommst du wirst auch merken dass viele viele dinge in dieser welle geschehen ob du willst oder nicht deswegen habe ich gesagt solltest du musst du nicht aber du solltest weil wenn es zu müssen kommt wird es alles etwas schwieriger also lass die energie fließen richte dich nach deinem herzen aus und lasse dann natürlich auch die herzensweisheit ganz natürlich schwingen und dann wird diese welle auch relativ einfach für dich das so weit vorneweg was diese welle alles ausmacht und wir unterstreichen das natürlich noch mit den karten die karten habe ich im vorfeld schon gezogen und das gucken wir uns jetzt an und wir starten mit der ersten karte surrender und wenn ihr euch das anschaut das ist tatsächlich wie wenn eine dame im vollmond licht badet mit dem vollmond startet die welle deswegen ist diese karte wirklich auch super super passend denn diese energie surrender ist ja im endeffekt es ist es ist eine energie man könnte sagen man gibt auf ja aber ich finde wenn ihr dieses bild anschaut das ist das ist eher eine energie die uns entspannen lässt eine entspannte energie um zu schauen was kommt da was passiert da es ist kein zwang mehr da es ist die dinge annehmen wie sie sind und dass das dürfen wir hier ganz ganz deutlich spüren und fühlen und wenn wir weiter schauen sehen wir hier ihr seht es schon das ist eine ganz ganz besondere energie das ist eine energie die aus uns heraus kommt eine energie die uns strahlend ist das ist eine göttin energie und das ist auch die energie mit der wir uns verbinden sollen mit mutter erde die über uns dann in diese wunderbare energie geht die ja mit uns verbunden hier tatsächlich etwas wunderbares entstehen lässt und gleichzeitig aber auch sagt wir haben die wahl die wahl uns groß und weit zu machen uns zu entwickeln und jetzt denkt dran vollmondreding groß weit machen und das noch bis zum neumond also über diese ganze welle hinweg und dann ja dann schaut euch das hier an also diese karte hat noch viel viel mehr info als das was man auf dem ersten moment sieht denn was sehen wir auf dem ersten moment wir fangen mal ganz ganz simpel an und wir gehen auf den text furchtlos zu sein jetzt sind wir aber nicht nur furchtlos sondern wir haben hier den vollmond mit dabei wir haben den leuchtturm und wir werden selber angestrahlt und jetzt guckt man dass es genau diese energie die hier entsteht und und dieses weise links und rechts und in der mitte diese kraft die von mutter erde kommt das ist eine energie die ja wie wie beschreibt man das auf der einen seite hier wirklich dieses entspannt sein außenrum und doch kraftvoll aus der mitte heraus etwas neues entstehen zu lassen und da gehen wir hin da werden wir hin geschoben und das auf ganz 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 großen schritten und das das ist richtig gut und dann heil und transformations energie heißt eben auch wir richten uns neu aus wir richten uns neu aus wir sortieren gerade alles und das in die richtung in die wir uns entwickeln wollen sehr sehr schön wir gucken weiter was kommt da noch so von den karten her und da haben wir diese karte hier wir haben hier tatsächlich eine ja eine energie die uns sagt die die licht bringt also es ist tatsächlich eine lichtvolle kraftenergie für mich super super passend zu dem was wir hier oben liegen haben denn wir bringen licht wir bringen kraft wir wir gehen in eine ja wandlungs- und transformations energie die eben aus uns heraus kommt und die sich zeigt die sich ausbreitet und gerade wenn wir uns so ausbreiten so weit machen dann dürfen wir uns mit verschiedenen dingen hier wirklich in verbindung bringen nämlich zum einen mal geht es hier eben um diese energie des leuchtturms wo dürfen wir leuchten wann sind wir der leuchtturm aber auch ein leuchtturm braucht licht licht braucht power es geht um den akku wann brauchst du zeit um deinen akku aufzuladen und doch auch wirst du mit dieser karte erinnert wenn du licht bringst was schätzt du an dir selbst frage dich das mal was schätzt du an dir selbst und dieses was schätzt du an dir selbst da geht es nicht um irgendwas oberflächlich sondern gibt da geht es um etwas sehr sehr tiefgründiges das tief tief aus dir heraus kommen möchte also frage dich selber dass in ruhigen fünf minuten was schätzt du an dir selber und da sei nicht bescheiden wenn du mit dir ganz alleine bist was schätzt du an dir selber und das kommt hier zum vorschein wenn wir da weiter gucken und da holen wir schon die zweite karte dazu und jetzt schaut euch das mal an wir haben hier isra sie die träumt also eine träumende energie einmal lichtbringer einmal träumerin also sehr sehr schöne mischung auch denn du wirst hier tatsächlich auch aufgefordert dass du dich dem stellst was deine träume dir zu bieten haben was ist denn dein verrücktester traum wenn ich das dich das frag vielleicht möchtest du es offenbaren aber vielleicht willst du es dir nur selber beantworten und darum geht es nämlich was ist dein verrücktester traum und wie kannst du diesen träumen nachgehen das bedeutet natürlich unter dem strich dass du auf eine thematik hingewiesen wirst was das jahr 2024 sowieso beinhaltet nämlich herzenswünsche umsetzen von was träumst du von was träumst du vielleicht hast du lust ist zu kommentieren egal wie verrückt wie crazy es ist mach dir diese wünsche bewusst das universum hatte ich nicht mit diesen träumen ins leben gebracht damit du dich schämst dafür sondern dass du dich groß und weit machst dass du auch anfängst träume zu leben und das ist genau der punkt hier fange an träume zu leben und träume zu leben ja vielleicht träumst du von einem großen haus von einem von einer thematik die gerade bei dir so wichtig ist vielleicht träumst du von einem gewissen urlaub dann träume nicht nur sondern erlebe es mal bewusst und sei es als fantasie reise den traum den du so gerne umsetzen möchtest mach eine meditation als fantasie reise da wie wenn es jetzt schon da wäre wie wenn es jetzt schon hier ist und dann manifestiere das denn nur so kannst du die dinge in dein leben holen die du so gerne in deinem leben haben möchtest schauen wir weiter auf die göttinnen energie die uns begleitet wir haben oder ich lasse mich auf das abenteuer des lebens ein ist das nicht schön und da gehen wir jetzt nämlich in die ergänzung also einmal dieses was hast du für träume egal wie verrückt sie sind und das abenteuer des lebens ist tatsächlich eine energie die dich auffordert kontrolle loszulassen komfortzonen zu verlassen etwas neues zu machen und auch die überraschungen des lebens zu schätzen es ist eine energie die sagt hey wo möchtest du in den urlaub hin also da haben wir ganz konkrete urlaubsorte menschen die man kennenlernen möchte das ist lebenslust pur die hier kommt die hier an kitzelt also egal wie deine träume sind lasst diese lebenslust an kitzelt denn sie möchte zu dir kommen demeter kommt noch und sie sagt ich genieße die früchte meiner arbeit ja die früchte der arbeit das heißt es wird belohnt werden was du schon umgesetzt hast es ist eine energie die sagt hey feiert dich auch mal feiert dich für die kleinen schritte auf deinem weg es ist nicht erst dass wenn man das ziel erreicht hat dass die große belohnung kommt denn was ist denn der größte meilenstein um sich zu entwickeln der größte meilenstein erstmal anzufangen belohne dich dass du angefangen hast wertschätze dass du angefangen hast dann hast du vielleicht mehrere etappen ziele da belohne dich für jedes etappenziel freue dich an deiner leistung und dann auch ja genieße es und du wirst gefühlt ein dauer grinsen im gesicht haben er akura kommt noch zu uns und sagt ich bringe körper und seele in einklang also eine gewisse naturkraft die hier mit dabei ist es geht um selbstfürsorge und das bedeutet auf deinen körper zu achten dass immer wieder bei dem thema auszeiten genug zu trinken auch zu schauen dass man schläft und hautpflege sport all das also wirklich zeit für sich selber zu haben und da wirst du dran erinnert wenn wir weiter schauen kommen wir ja da ist sie die große mutter du bist ein kind dieser welt und du wirst unermesslich geliebt diese botschaft ist so schön sie kommt nämlich auf mehreren ebenen zu dir schon mal da oben jetzt haben wir ein bisschen versteckt die karte wo aus uns heraus diese strahlekraft kommt und jetzt ist hier mutter erde lady gaya die uns sagt hey du bist da ich sehe dich ich sehe dich ich spüre dich ich fühle dich und umgekehrt darfst du es auch tun du darfst spüren und fühlen und du darfst dann auch schauen was ist in der kreislauf der natur um dann über die natur auch deinen eigenen kreislauf deine eigene energie zu finden michael erzengel michael ist hier und er sagt du bist frei auch das eine ganz ganz tolle botschaft denn erzengel michael der auch licht bringt ist hier und er ist an dem punkt dass er ja dir hilft zu erkennen wie frei du wirklich bist wie frei du dich entwickeln wie frei du dich entfalten darfst und das wird hier ja regelrecht dir aufgezeigt und da wirst du noch mal hingeschubst wenn du es selber eben ganz vergessen hast schauen wir weiter und da sehen wir haben die schwesterschaft der rose es geht hier um zusammenkünfte zusammenkünfte von frauen eine energie auch wenn dir die rose begegnet achte drauf wenn die rosen begegnen wie sie dir begegnen und ehre die rosen begegne aber auch frauen vielleicht möchtest du rosen verschenken auch unter freundinnen und dann ja erkenne wie andere frauen dich etwas lehren die etwas aufzeigen auf deinem weg auch das ist hier mit dabei und schwingt hier mit ja und dann dann wird es spannend denn wir haben hier eine energie und das ist eine ganz ganz interessante sache die hier anklopft die hier kommt denn diese karte sie erinnert dich dass du jetzt tatsächlich aus bricht beziehungsweise ketten bricht du bist dabei die geschichte der ahnen zu verändern du bist dabei deine geschichte zu verändern da wird ein ahnenmuster gerade verändert diese ahnenenergie und ja du du schreibst da gerade auch ja die zukunft neu du du richtest dich neu aus und das ist es was hier wichtig ist du bist so nah veränderungs energie die richtig richtig gut ist aber auch sehr sehr wichtig für dich und dann ja dann dann kommen diese kleinen kärtchen und bei ihnen finde ich immer so interessant die rückseiten auch und hier war super spannend dass diese zwei gekommen sind schaut euch das mal an das ist ein ähnliches muster und doch anders wir schauen uns uns aber an ähnlich und doch anders sehen wir sind happy also sei fröhlich denke positiv und dann dann kommt you go girl auch wieder eine ganz ganz tolle botschaft denn es ist tatsächlich eine energie die uns sagt du gehst vorwärts du gehst du bist in bewegung und wirst nicht als frau angesprochen sondern als girl also wirklich eine energie eine mädchenhafte energie und gerade das mädchenhafte leichte das klopft hier eben an die in leichtigkeit in die zukunft zu gehen da eine geschichte neu zu schreiben da eine geschichte zu verändern also super super schön du gehst in ein neues leben wir schauen auf die crystal of series basic cards und ich habe uns eine ganze menge an karten gezogen und ihr seht es hier schon wir haben sieben karten eine siebener legung die uns dann schon auch schritte aufzeigt wir starten und haben wir die leichtigkeit mit der geht es natürlich los wo wundert mich nicht wirklich euch sicherlich auch nicht weil diese leichtigkeit die ist gerade ganz immens wichtig glückliche umstände glückliche fügungen ich glaube ich muss nicht mehr mehr dazu sagen wir gehen unseren weg wir werden geschoben und erinnere dich was ich vorhin ein paar mal gesagt habe du solltest du musst nicht aber an dem sollen soll etwas verändern bedeutet natürlich auch du kannst es in dieser leichtigkeit tun weil wie gesagt wenn es ins müssen wird wird es schwieriger die autorität haben wir und das an den glücklichen umständen bedeutet natürlich auch dass gerade wenn es um themen geht dass irgendetwas von sei es von einem gericht von einer behörde kommt dass da positive leichte dinge geschehen dass du dir gar keinen kopf machen muss es wird positiv werden kommunikation ist das a und o bedeutet natürlich auch hier egal welche schreiben kommen die erst mal gefühlt irgendwie so oh mein gott schreiben sind ich nenne jetzt mal ein beispiel da kommt zum beispiel von einer behörde dass du etwas nachzahlen musst und das ist eine summe x wo du sagst das ist gerade einfach zu viel jetzt könntest du so machen dass du sagst okay ich sitze das jetzt aus die werden mahnen und 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 aber das ist genau das solltest du müsstest du das ist genau das du solltest etwas tun müssen ich habe es erklärt ist dann eine andere sache hier wenn du direkt auf die behörde zugehst und sagst hey ich habe im moment das geld nicht bitte drei raten oder wie auch immer dann wird das ganz leicht und soft funktionieren gehst du aber dann in diesen ich sitze es mal aus modus dann kommt es in dieses müssen und dann wird es dann wird es knackig weil dann könnte unter umständen die behörde auch etwas ja nicht so nett werden wir haben hier die gefühle mit dabei liegen ja je nachdem wie das ganze ausgeht ist das dann schon ganz schön emotional schauen wir ob das wirklich richtung beziehung geht jetzt haben wir hier chaos und verwirrung also das war ja das eine aber hier das schaut wirklich nach etwas weiter hat da kommt es die ahnen wir haben ja hier jetzt haben wir die karte verdeckt die liegt hier unten drunter dass es um ahnen auflösung geht also wenn du jetzt das hörst wirst du vielleicht erst mal sagen okay was soll da kommen von den ahnen ist erst ein bisschen chaos und verwirrung aber aber wenn es soweit ist weißt du genau dass es diese ahnen thematik ist und dann wirst du sie auflösen deswegen erinnere dich bitte bitte immer wieder an meinen spruch soll oder müssen du solltest also alles in bewegung bringen und dann wird dieses müssen gar nicht dazu kommen und das das ist gut so ihr merkt heil und transformations energie heißt nicht immer dass es einfach ist aber es ist machbar es ist eine schöne energie es ist transformative energie es ist eine energie die uns allen aufzeigt was so wirklich möglich ist ihr lieben in diesem sinne ich freue mich natürlich und das muss ich ja immer wieder neuerdings erwähnen weil es so wichtig ist ich freue mich über jedes like über jeden kommentar einfach wegen dem algorithmus der wird immer wichtiger eigentlich möchte ich es gar nicht dauernd wiederholen aber irgendwo muss man so gut damit dann auch entsprechend das ganze funktioniert hier auf youtube ihr lieben ich ja ich wünsche euch von herzen ganz viel leichtigkeit und freude erkennt euer licht erkennt wie ihr mit eurem licht strahlen könnt und dürft und das aus vollem herzen und in diesem sinne ganz viel licht und liebe und namaste